Früher ertönte immer ein Gong, wenn ein Kunde in ein Geschäft eintrat. Diese sogenannten Durchgangsmelder sind aber nicht nur gut geeignet für Geschäfte, sondern auch für den Privatgebrauch, wenn man beispielsweise eine häufig genutzte Tür überwachen möchte. Diese Durchgangsmelder funktionieren entweder per Funk oder per Kabel. Im Prinzip funktionieren Durchgangsmelder genauso wie Bewegungsmelder. Wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, wird ein Signal freigegeben. Um eine Lichtschranke entstehen zu lassen, muss bei einem Durchgangsmelder ein Gegenstück vorhanden sein. Unserem Test können Sie entnehmen, welche Durchgangsmelder die besten auf dem Markt sind. Wir beginnen mit dem MI Bell 221 Funk Durchgangsmelder Set. Hierbei handelt es sich um ein Set, welches ohne Installation sofort einsatzbereit ist. Es hat eine Reichweite von 40 Metern, im Außenbereich sogar 100 Meter. Es ist um bis zu drei Sender und unbegrenzte Empfänger erweiterbar, Spritzwasser geschützt und es verfügt über acht verschiedene Melodien, die einstellbar sind. Die LEDs bieten sogar eine optische Klingelanzeige. Das wettergeschützte System gilt auf dem Markt als Topseller und ist für 67 Euro erhältlich. Die Vorteile sind, dass es ohne Installation einsatzbereit ist und dass es erweiterbar ist. Der Nachteil ist die begrenzte Reichweite. Beim One-by-One-Durchgangsmelder handelt es sich um ein sehr günstiges und komfortables Produkt. Es ist sehr einfach zu montieren und vor allem sehr wetterbeständig. Die Vorteile dieses Systems für den relativ niedrigen Preis von 19 Euro sind, dass es ein Topseller-Alarmsystem ist, dass es über eine hohe Reichweite verfügt und dass es wettergeschützt ist. Der Nachteil ist aber, dass der Alarmton etwas zu leise ist. Beim Funk-Durchgangsmelder DGF 100 mit 50 Meter Reichweite sind der Sender und die Empfänger so kodiert, dass keine Überschneidungen mit ähnlichen Signalen stattfinden. Des Weiteren gibt es eine Wandhalterung, die dafür sorgt, dass das Produkt sowohl innen als auch außen befestigt werden kann. Die Vorteile bei diesem System für 39 Euro sind die optischen und akustischen Meldungen, die hohe Reichweite und die Wandhalterung, die für die optimalste Positionierung sorgt. Der Nachteil ist die schlechte Akkuleistung. Der Ladenglocke-Bewegungsmelder Funk-Durchgangsmelder ist ein batteriebetriebenes System, was es sehr flexibel und überall positionierbar macht. Es hat einen Klingelton, welcher durch ein rotes LED unterstützt wird. Es funktioniert komplett drahtlos und das System reagiert auf schwache Wireless-Signale. Der Preis, der hier zu zahlen ist, ist 22 Euro. Die Vorteile sind die Lautstärkeregelung, High und Low, die hohe Reichweite und dass es erweiterbar ist. Die Nachteile sind die kurze Lebensdauer und dass es nur eine einzige Lautstärke gibt. Der Pentatech Zutrittsmelder CM0 funktioniert über einen Passiv-Infrarotsensor, welcher Körpertemperaturen erkennt. Das Alarmsignal wird in Form eines Gongs ausgegeben. Das System ist batteriebetrieben und dementsprechend flexibel. Was auch zur Flexibilität beiträgt, ist die Größe und das Gewicht des Systems. Es erreicht bis zu 90 Dezibel und hat eine Reichweite von 10 Metern. Bei diesem System für relativ niedrige 16 Euro sind die Vorteile der laute Alarmton, die Infrarot-Bewegungsmelder und dass es für die Wandmontage ziemlich gut geeignet ist. Der Nachteil ist, dass es bei diesem Produkt zu Fehlalarmen kommen kann. Der Tiwi Funk-Durchgangsmelder für außen kann praktisch überall angebracht werden. Er erkennt Personen in einem Radius von 25 Metern. Der batteriebetriebene Sender arbeitet mit Infrarot. Der Preis beträgt bei diesem System 23 Euro. Die Vorteile sind, dass es eine deutsche Gebrauchsanweisung gibt, dass es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt und dass er schnell einsatzbereit ist. Die Nachteile sind die etwas schlechte Reichweite und der unzuverlässige Support. Bei der Freetag-Ladenglocke handelt es sich um eine Steckdosenklingel. Hier sind 32 verschiedene Melodien auswähl- und einstellbar und dieses System ist mit Bewegungsmeldern verbindbar. Des Weiteren verfügt es über eine Reichweite von 50 Metern. Dieser Melder, der über einen Bewegungssender verfügt, der um 180 Grad schwingbar ist, kostet 17 Euro. Die Vorteile sind hier die schnelle Montage, die hohe Reichweite und der Gong, der mit 32 Melodien kommt. Die Nachteile sind die kurze Lebensdauer und der unzuverlässige Support. Der E-Bel 211TX Funk-Bewegungsmelder eignet sich sowohl für innen als auch für außen. Er deckt einen Öffnungswinkel von 110 Grad ab und er hat eine Funktionsreichweite von ungefähr 100 Metern. Des Weiteren verfügt es über eine automatische Learn-Code-Codierung. Wem die Reichweite von 15 Metern nicht genug ist, der kann auf einen RF-Signalverstärker zurückgreifen. Hierfür sind 29 Euro zu zahlen und die Vorteile sind die Reichweite, die bis zu 100 Metern geht, dass es erweiterbar ist und dass eine einfache Do-It-Yourself-Installation ganz ohne Kabel möglich ist. Was Nachteile angeht, sind hier keine Nennenswerte vorhanden. Aus unserem Test geht hervor, dass Durchgangsmelder durchaus praktisch für den Alltag sind. Sie unterscheiden sich in ihren Funktionen, Features, in ihrer Lautstärke und in ihrem Preis. Jeder Käufer hat andere Ansprüche und andere Prioritäten, weswegen jeder für sich selbst entscheiden muss, welches Produkt für ihn das Richtige ist. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos von uns sehen möchtet, klickt hier. Vergesst außerdem nicht uns zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit auf unserer Webseite www.digital-vergleich.de kontaktieren. Also, ciao und bleibt sicher!